Den Draht aufzuzwirbeln und die Plätzle raus zu essen. Und die Tüte hat es auch noch geschnitten. Die Lili. Warte mit dem Draht rum. Dann geht's schon. Die Lili. Die Lili ist so wie die Weihnachtsplätzle. Machst du noch ein bisschen? Die Lili ist die Weihnachtsplätzle. Aus der Verpackung. Ich würde sogar mit ihr teilen. Vielleicht macht der Opi noch was? Der Opi, der tut jetzt seine Hightech-Kamera ausprobieren. Und jetzt geh ich nach Rom und durch auf die Erinnerung Kina. Aber das ist keine Hightech, das ist eine J-Tech. Was ist ein J-Tech? Weiß noch was steht da drauf? J-Tech. Eine Low-Tech. Eine Low-Tech ist was anderes. Zauber. Welch ein Zauber. Achtung.